Ein Mercedes-Benz ML350 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen weißen, fünftürigen SUV-Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 75.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 258 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 6,8 Litern pro 100 Kilometern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017